Hallo zusammen, ich bin Dilaria. Und ich bin Lars. Wir machen das KV in der SWL Energie AG und sind im dritten Lehrjahr. Wir zeigen dir heute unseren Arbeitsablauf als KV. Komm doch mit! Hoi, ich bin Nadine und ich bin im ersten Lehrjahr hier in der SWL Energie AG. Die Energiebranche interessiert mich sehr und darum habe ich mich auch hier beworben. Beim Schnuppern wurde mir alles sehr geduldig erklärt und das Team hat mich auch sehr gut aufgenommen. Ich habe mich für die Lehre als KV entschieden, da ich sehr gerne im Team arbeite, Kundenkontakte pflegen und Arbeiten am Computer erledigen kann. Um gut in unser Team zu passen, ist es wichtig, dass man teamfähig ist, eine offene Persönlichkeit hat und motiviert ist, neue Sachen zu lernen. Speziell an der SWL ist, dass man während der drei Jahre Lehre einen Einblick in sechs verschiedene Abteilungen bekommt. In jeder Abteilung hat man einen Praxisbildner, der einen schulisch und auch beruflich gut unterstützt. Speziell ist auch, dass man vom Team immer sehr schnell und herzlich aufgenommen wird. Wir sollten eine sehr offene Persönlichkeit haben, kommunikativ sein und gerne Kundenkontakte pflegen. Nach einer KV-Lehr hat man sehr viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, wie zum Beispiel als Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen, Treuhänderin oder HR-Fachfrau. Und wenn dir der Einblick bei der SWL Energie AG gefallen hat, dann bewirkt dich doch bei uns für das KV.